Mein Bierermoment war 2002 auf dem Immergut Festival. Da bin ich mit Schulfreunden hingefahren. Und wir haben das gemacht, was man so macht, wenn man Anfang 20 ist. Wir haben sehr, sehr viel Bier getrunken, Büchsenrabioli gegessen und dann eben ganz wenig Rockmusik gehört, sondern ganz viel Indie geklimmt war, was auch schön war, viel mit Akustikgitarren und viel ruhiges Zeug und so. Und dann sind wir irgendwann ins Zelt, weil ich von der Band gehört hatte über Viva 2 damals noch, wo dann irgendwie das erste Video lief und so. Und das fand ich schon mal interessant und dann bin ich rein und dann stürmte auf einmal eine Bande auf die Bühne, alle in weiß, und haben tierisch einen losgemacht. Und das war nicht einfach nur Punk, sondern irgendwas anderes spielte da noch mit. Also eben Elektronik und so. Und da war ich eigentlich noch gar nicht so aufgeschlossen, aber ich war für Elektronik. Aber an diesem Tag, an diesem späten Nachmittag war ich auf jeden Fall das erste Mal richtig wach und habe das Konzert von vorne bis hinten geguckt und es total genossen. und fahrt eben von Anfang an außergewöhnlich, dass die Stimme von Mieze einen nicht einlöden will oder einen irgendwie sagen will, dass alles total schön ist oder wie auch immer, sondern die ist fordert. Die brennt sich sofort rein und die will was, die will einen fordern, die will einem was erzählen. Und das hat mir sofort total gut gefallen und seitdem bin ich ein Fan. Ja. 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 Ja.